hallo kochen mit andrea ich wollte heute morgen gefüllte hörnchen aus hefeteig machen und da habe ich mich spontan entschieden euch mitzunehmen ich habe mir ein pizzateig gekauft 550 gramm das reicht für ein bisschen croissants zum frühstück und dann legen wir los kräuter quark kräuter frisch käse quark habe ich ihr könnt natürlich auch pur nehmen oder auch creme fraiche könnte auch nehmen im pur oder mit kräutern aber ich nehme immer ganz gern diesen frischkäse und kräuter finde ich für gefüllte hörnchen ganz gut gesagt das war jetzt heute morgen so eine spontan handlung und da habe ich gedacht das wäre doch was vielleicht für euch jetzt gerade so auf den kühlschrank kommt dann dauert das immer wenn man das so verteilt kriegt wir machen das öfter mal so dieser croissants so selber meine croissants werden vielleicht nicht gerade weltbewingt sowie auf dem laden aber das ist mir egal so und jetzt kommt ein bisschen schinken dabei ich habe jetzt so kartenschinken genommen ihr könnt auch magere schinken nehmen oder ihr würfelt euch kochschinken könnt ihr natürlich auch machen das ist so wie ihr das gern hättet jena hat ja einen anderen geschmack und wie dick ihr das rein tut ist auch ganz euch überlassen so ich hätte jetzt noch ein paar kleine salami streifen drauf getan aber aber das mache ich heute morgen nicht das wird mir sonst zu viel und zu dick aber so kleine salami streifen kann man natürlich auch nehmen ich hätte das jetzt genommen ich hätte das jetzt genommen die schinkenwirbel nicht gereicht hätten so jetzt kommt noch Mozzarella Käse drüber da könnt ihr natürlich auch anderen nehmen Käse eurer Wahl weil ich nehme halt diesen schnittfesten Mozzarella weil vor Auflauf nehme ich den natürlich nicht gern weil er mir da zu fest ist aber für sowas kann man das ganz gut nehmen Käse wie gesagt da könnt ihr so viel drauf tun wie ihr meint dass er das haben möchte jetzt im Sommer ist der Käse sowieso immer wenn man den zu hause hat das war mir wieder zusammengebröselt so das sollte reichen bei mir hole ich mir mal meinen Halbschneider so und jetzt zerschneide ich natürlich so Rauten so aber ich kann nicht leicht das in der Mitte durch ich mache kleinere Croissants sonst wird mir das zu groß so jetzt müssen wir mal gucken so langsam kriege ich es hin aber es ist immer so jetzt zeige ich euch schon mal wie das geht dann kann ich mich das andere dann schnell selber machen so so dies ist natürlich nicht so gut einfach so zum Hörnchen aufrollen und dann aufs Backblech setzen und immer die lange Seite rollen wie gesagt es sieht bei mir nicht schön aus aber so ich zeige es euch gleich wenn es fertig ist so guckt so sehen sie aus habe ich gerade aus dem Ofen geholt sind noch heiß wie gesagt ich habe noch mehr die liegen noch auf dem Blech aber vielleicht ist das ja was für euch guckt so sehen die einzelnen aber sehr heiß aus wie gesagt bei mir sehen sie nicht schön aus aber vielleicht kann der ein oder andere das besser dann sieht es bei euch besser aus bei mir sehen sie immer so aus die Croissants Hörnchen wie auch immer aber wie gesagt schmecken tun sie super lecker vielleicht war es ja für euch eine Anregung mal als Snack oder zum schnellen Frühstück wie auch immer dann macht es doch mal nach und anders passt gut auf euch auf und weiterhin bei den hohen Temperaturen ordentlich ausreichend trinken aber das wisst ihr ja und dann hören wir uns vielleicht zum nächsten Video wieder bis dann eure Andrea Ciao 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 Ciao